60 Sekunden zu Gräuter Fürth. Hä? Was gibt's da noch jetzt zu wissen? Beruhigt euch, ich schaff die 60 Sekunden nicht mehr. Gräuter Fürth ist ein absoluter Traditionsverein. Gegründet 1903, spielen seit 1910 am Sportpark Rohnhof. Das ist damit die älteste Spielstätte im deutschen Profifußball. Danach wurden sie dreimal deutscher Meister und spielten bis zur Gründung der Bundesliga immer in der höchsten deutschen Spielklasse. Wunder von Bern, 54, zwei Fürther mit dabei. Wer war die erste deutsche Mannschaft, die Barcelona schlagen konnte? Gräuter Fürth. Und in den letzten Jahren kein großer Sponsor, kein Rieseninvestor, gute Jugendarbeit und kontinuierlich die Klasse gehalten. Und letztes Jahr in der zweiten Bundesliga, drittkleinstes Budget, jüngste Mannschaft, Aufstieg. Das ist ein modernes Fußballwunder. So, und jetzt seid so gut und streicht den Begriff Gräuter aus eurem Wortschatz. Das kommt nämlich aus einer Vereinsfusion und weckt schlechte Erinnerungen.